Musik Und eine Schräglage, verehrte Geste, hat natürlich auch etwas Fantastisches. Denn in diesem Rahmen wissen die Piloten auch, dass in haarigen und spitzen Situationen sie in der Lage sind, noch Reserven zu haben in ihrer Manövrierfähigkeit. Ich kann nur noch mal wiederholen, will ich Geste, sie werden nie wieder auf einem Flughafen gehen wie jetzt und hier. Eine der wichtigsten Dinge über dieses Flugzeug, aside from the fact that you can operate from surprisingly small airports for such an enormous aeroplane, one of the most important features is that it has the lowest fuel burden per seat of any long-haul widebody jet. It burns less fuel for every passenger it carries than any other jet. And that's by around about 20%. It has been greatly reduced, and as you can hear, even this big aircraft is only 3-5 km2. It can be powered by two different engines, either the Rolls-Royce Trent 900 or the Engine Alliance GP 7200. Both those engines in the 311 kilonewton class, around about 90.000 pounds of thrust in old money. capable of carrying 310.000 liters of fuel. And what that means in terms of range, you're looking at 15.200 km maximum range, with a full load of passengers and cargo. And now I'm going to go to the different adjustments. It's 73 inches high and has a bit of 24 meters high. Bei einer Bekommunenlängerei ist die Bekommunikation für das Flugzeug. Das maximale Startgewicht liegt bei 560 Tonnen anderen Airlines, die inzwischen hier geordert wurden. Das ist eine enorme Kraftanstrengung. Und hat gezeigt, dass ein zukunftsweisendes Konzept in diese Art von Flugzeug gesteckt. Wenn Sie sich jetzt die Ausstellungskraft ausführen, dann ist es 386 Tonnen. Der Ausstellungskraft ist 560 Tonnen. Der Ausstellungskraft ist ein unglaubliches Ausstellung. Es ist wirklich ein weltklasse Ausstellung, die A380. Und da ist das gently noch ein Bekommunikation. A380. 390. Wooden Kahn. Vielen Dank.